Also wieder mal, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die halten den Zug an schon seit 15 Minuten. Jetzt laufen sie hier mit dem Zollstock durch die Gegend. Also, das ist betreute Demonstration. Guckt euch das an. Es ist einfach nur noch abartig. Das hat mit Freiheit und Demokratie nichts mehr zu tun. Es ist unglaublich. Guckt euch das an. Also laufen sie hier durch die Gegend mit dem Zollstock. Mann, macht euch doch nicht lächerlich. Es geht um unsere Freiheit, Mann. Was soll denn das? Was soll das? Das gibt es doch nicht. Dass euch das nicht wehtut. Das ist doch peinlich, Mann. Das ist sowas von peinlich.